Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der nochlichen Marsch. Wir starten jetzt mit Futterversorgung. Wir hatten ja als Plätz den Torwein gekippt. Jetzt hauen wir Silagebalm rein. Und dann noch mal Heuball. Voll. Ja, sieht gut aus. Jetzt bleibt noch ein Heuball rein. Der hat sich gelöst. Nicht gefragt. Es wird noch gepflügt. So, Koppikämpfer ist fertig. Koppikämpfer rein. Und voll. Geht mal gleich rein. Futter. Futter. Futter ist gut. Guck. Whoa! Daran denke ich, erst mal habe ich einen Trigger gesucht. Muss ich nicht halb machen, geht er doch. Oder? Schauen wir mal so an. Stroh ist drin. Kein Stroh. Stroh will er nicht haben. Ich hau mir Stroh hier rein. Also Futtermischwagen, kein Stroh. Reinmachen kannst, aber... 13.000. Passt rein. Das heißt... Genau, was machen? Das heißt, 13.000. Bei 2.000. Bei 4.000. Bei 4.000. 16.000. Und der hält. Machen wir zurück. Bei 3.000. Bei 4.000. Bei 3.000. Bei 3.000. Bei 3.000. dass er den noch aufnehmen kann. Eine Nose hätte es verbessert. Radale. Mal testen. Der auch entsprechend aufnimmt. Mal. Nö. Tut man nix. Stroh ist noch nicht voll. Bestration. Naja, auch nicht doll. Warum größer? Ein bisschen haben die sich. Gute. Können wir mal probieren. Ja. Ein bisschen wehfallen. Ein bisschen arschballen. Über 28 album. Ja. Und drin ist der Heuball. Zwei Schlageballen, dann haben wir zwei Stauben. Zwei kriegen. Das ist ja auch kein Problem. Ja, das war nicht geplant. Ein paar Sekunden halten können. Jetzt gucken wir mal einen weiteren. Malen. 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 So, 12 Tausend. Das war's. 6 stunden ist Schade, dass er, dass ich auch nicht klappe, aber Silage kann man ja lose einlagern, um Silo zu kommen. Aber da warten wir mal ab, bis wir dann mit dem Meissen kommen können. Weil Meissen ist viel besser. Wir kommen gleich nebenbei für die BGH und reinfahren. Ja, da hab ich lose. Oh, das ist echt toll. Oh, das ist echt toll. zurück Leck this to Das war's für heute. So, zurück. Und die Ruhe. Wahnsinn. Gras füllt ja auch noch. Da können wir mal der Wiese drüber nehmen. Ich weiß nicht, wieso. So, haben wir noch gut. 90 Tauben. So. So. Oh, das ist haltbar. Fine. Dann macht er die Wiese kaputt. So. 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 Normalerweise ist die Tür nicht mehr richtig. Aber ich wollte eine Silage haben für den Stall. Dass sie keine Frage gemacht werden. Wusste da. Ein Prozent Nummer zwei. Das macht er nicht. Macht er nicht. Jetzt haben wir schon mal. 20 Tonnen. Keine Lust hat. So. So. Wuppelstandard. Wuppelstandard. Wuppelzeit. Untertitelung des ZDF, 2020